Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 211. Folge von Let's Play 192.0 im Bus Simulator mit mir, auch mit der Rieser. Wir sind zurück von der Temel-Woche Alheimen-Lauhensbach updated und fahren jetzt die Linie 25. Sie führt uns von Granenburg mit dir nach Derenhofen mal. Fahrtag haben ungefähr schon 35 bis 40 Minuten. Unser Fahrtag ist der MANNL202EN91 von der Dresdner Bank Berlin Repaint. Realswetter in Stuttgart ist auch direkt los und ich wünsche dir allen viel Spaß bei der Fahrt und vor allem gute Seelenunterhaltung und gute Fahrt. Untertitelung des ZDF, 2020 Sehr geehrte Fahrgäste, ich begrüße Sie alle ganz herzlich auf der Linie 25. Sie führen uns von Granenburg-Mitte nach Derenhofen mal. Mein Name ist Julian Rieser, ich bin heute Ihr Busfahrer, aber dass Sie sicher waren, dass ich das schöne Alheimen-Lauhensbach im Heim. Falls Sie welche Fragen der Anregung haben, können Sie gerne jederzeit zu mir nach vorne kommen. Das ist wichtig, dass ich als Busfahrer jederzeit gerne zur Verfügung habe. Aber bitte helfen Sie mich nicht nur um die Fragen. Dankeschön. Und in diesem Bus funktionieren die Anzeigen leider nicht. Bitte halten Sie auch Schaue, was Sie aufsteigen möchten. Dankeschön. Alle lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, euch anderen draußen gehen, soweit gut. Wir können jetzt auch darüber sprechen. Gut, außer dass mein Internet streikt. Das geht dauernd aus und wieder an. Ich muss mich dauernd wieder neu verbinden, egal ob es am Handy oder am PC ist. Aber ich weiß nicht, ob der, wo ich gebannt habe, irgendwas damit zu tun hat, weil der hat mir ja eingedruckt, mich zu Dinosen, dass das Gebi-Internet nichts mehr machen kann. Aber ich hoffe nicht, dass er irgendwas damit jetzt zu tun hat und was damit er gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es bei uns nach neun Anbieter Suchen und Aufschau halten. Aber wir haben jetzt hier in der Straße das langsamste Internet, unsere Nachbarn schnelleres Internet, aber wir haben hier ein langsameres. Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob wir es sind, sind immer mal ganz. Wir sind immer mal. Ja, ich weiß nicht, dass wir uns in der Straße machen. Sollte Hallo. Einmal Schiller-Karten. Dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich verstehe da hinten, weil ich auf die Lichtverfahrt bin. Besonders leer, ein bisschen beschleunigt. Da treten wir, wo entgegen triebe. Das ist Linie 22. Die Seite ist nicht schön. Ohne zuziehen. Wie ist die Linie 22? Wie ist die Linie 23? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Oh, ich habe jetzt 4 Minuten Pause. Schauen wir mal gleich die Zeit vor. Noch eine Minute, das schauen wir mal auch vor. Mal Zeit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war der ICDR-21 von V-Type. Durchdraht. Das geht heute nicht mit. Das heißt, ich gehe hier. Ich gehe hier laufen. Das heißt, ich gehe hier laufen. Ich gehe hier raus. Ich gehe jetzt nicht mit. Ich gehe jetzt einfach auf dem Sitzschritt. Ich habe hier die Haltstelle versteckt. Ich bin in der der Haltstelle anhalten. Dann bleibe ich dann 21 Grad und so schön bei links. Dann verstehe ich den Haltstelle. 12 Grad und so schön bei links. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020